Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Literarischen Salons, den wir heute am Montag, dem 10. Mai, aufnehmen. Gleich vorneweg und für alle, die diesen Podcast jetzt tatsächlich am Montagabend hören, also zur salonüblichen Zeit um 20 Uhr, und die jetzt womöglich einen Livestream aus dem Conti-Foyer erwartet haben. Nein, den gibt es nicht. Auch noch für diesen heutigen Montag, Anfang Mai, haben sich alle Beteiligten kurzfristig darauf geeinigt, diesen Termin OK America doch nochmal im maximalen Remote-Modus stattfinden zu lassen. Und wer dem Programm des Literarischen Salons in diesen Pandemiezeiten schon länger folgt, der bzw. die weiß, was das heißt. Das heißt, wir melden uns mit diesem Gespräch also nicht live aus dem Conti-Foyer der Leibniz-Universität, sondern alle Beteiligten können zu Hause bleiben. Das gilt für das Salon-Team samt YouTube-Live-Übertragungstechnik. Das gilt aber auch für die Salongäste und für den Moderator. Mit dem fange ich an. Mein Name ist Jens Meier-Kovac. Ich bin einer der Programmleiter des Literarischen Salons. Und ich freue mich jetzt sehr darüber, unsere beiden Podcast-Gäste begrüßen zu können. Hallo und guten Tag, Rieke Havertz und Klaus Brinkbäumer. Hallo. Grüße Sie. Also, wir sind heute alle vor Ort geblieben. Und auch wenn dies hier ein Podcast des Literarischen Salons der Leibniz-Universität Hannover ist, so melden wir uns zu dritt jetzt eben nicht aus Hannover, sondern aus unseren jeweiligen Home-Offices. Bei mir ist das zu Hause in Hamburg-Ottensen. Und bei Ihnen, Frau Havertz, habe ich jetzt gerade im Vorgespräch gehört, ist es gar nicht Washington, sondern es ist Orlando. Dennoch, so oder so, es ist noch ziemlich früh, 8 Uhr morgens. Wie sieht das eigentlich aus in den USA? Sind da alle schon fleißig unterwegs? Ja, ja, die Amerikaner sind Frühaufsteherinnen und Frühaufsteher. Hier ist auch morgens um 6 Uhr am Flughafen schon viel los. Das konnte ich vergangene Woche erfahren. Normalerweise bin ich in Washington, D.C., Sie haben es schon gesagt, aber gerade in Orlando, Florida auf Dienstreise. Und es ist schon ganz erstaunlich, weil der Flughafen tatsächlich am Freitag vergangener Woche morgens um 6 Uhr wirklich voll war. Also man musste sich neu, also ich musste mich neu an diese Massen von Menschen gewöhnen. Es waren Schlangen. Ich hatte Angst, dass ich den Flieger gar nicht kriege, weil man ist in den vergangenen Monaten, wenn man mal fliegen musste, beruflich immer sehr knapp losgefahren, weil es war ja nichts los an den Flughäfen. Das hat sich wieder geändert. Und in Florida ist eh alles sehr offen und sehr frei, weil der Gouverneur, der Republikaner Rick DeSantis, alle Beschränkungen in der vergangenen Woche aufgehoben hat. Das heißt, hier kann man alles machen. Hier ist normales Leben. Die meisten Menschen, muss ich aber sagen, sind jetzt meine Erfahrungen aus den vergangenen Tagen, tragen dennoch Masken in Geschäften, weil die Geschäfte zum Beispiel sagen, machen Sie das bitte. Aber ansonsten, Disney World ist voll, die Strände sind voll. Es ist normales Leben und man muss sich an dieses Sozialwerden wieder gewöhnen. Also ich musste das auf jeden Fall. Herr Brinkburger, wir beide haben wir im Vorgespräch festgestellt, befinden uns sogar in derselben Stadt und nicht nur in derselben Zeitzone. Sie sind im Augenblick gar nicht in Leipzig, sondern in Hamburg. Das ist schön. Deswegen haben Sie jetzt Zeit für uns, oder? Ich bin heute im Hamburger Homeoffice und dann natürlich auch wieder auf dem Weg nach Leipzig. Aber in der Tat, wir sind nicht weit entfernt voneinander. Ottensen, sagten Sie, das Hamburger Westen und da stecke ich auch. Ah, siehe her. Also jedenfalls danke dafür, dass Sie Zeit haben und noch viel mehr Dank an Rieke Havertz für diesen frühen Arbeitsbeginn um 8 Uhr. Es ist nicht so früh für amerikanische Verhältnisse. Wenn man für Deutschland berichtet, dann ist man häufiger mal durch die Zeitverschiebung ein bisschen früher auf. Also alles Gute. Okay. Wir wollen heute über einen sehr erfolgreichen Podcast sprechen. Den gibt es inzwischen schon länger, seit über einem Jahr. OK America, der Podcast von Zeit Online und MDR heißt er. Und wenn man zurückschaut, und das tun wir gleich, dann kann man eigentlich nur erstaunt und auch eigentlich ein bisschen unglaublich zur Kenntnis nehmen, was in diesen gut 14 Monaten, was also seit dem Start von OK America eben dort in den USA alles passiert ist. Allerdings, wir blicken gar nicht nur zurück, sondern wir blicken auch nach vorn. Das machen wir übrigens auch schon deshalb, weil das heutige Gespräch zu OK America in unsere Themenreihe In Zukunft gehört. Das ist die Reihe, die uns die VHV-Stiftung ermöglicht und in der wir mögliche oder auch nötige Entwicklungen in den Feldern Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft beobachten. Das tun wir heute mit einer Journalistin und einem Journalisten, die sich beide in den USA allerbestens auskennen. Und indem ich das sage, stelle ich unsere Salongäste ganz, ganz kurz vor. Rieke Havertz hat Journalistik und Amerikanistik studiert in Leipzig und auch an der Ohio University. Als Journalistin ist sie von der Taz zur Hamburger Zeit gewechselt. Für Zeit Online war sie dann als Reporterin in den USA und hat von dort schon im Jahr 2016 über den damaligen US-Wahlkampf berichtet. Und seit September letzten Jahres ist sie US-Korrespondentin von Zeit Online in Washington. Klaus Brinkbäumer war über viele Jahre Journalist beim Spiegel, unter anderem mehrere Jahre als Korrespondent in New York City. Später dann von 2015 bis 2018 war er Spiegel-Chefredakteur und in der Funktion war er auch schon einmal zu Gast im Literarischen Salon. Das war vor ziemlich genau vier Jahren. Damals war er gemeinsam mit seinem Hamburger Chefredakteurskollegen Giovanni Di Lorenzo von der Zeit bei uns. Dahin, also zur Zeit, ist Klaus Brinkbäumer 2019 als Autor gewechselt. Und übergewechselt ist er dann auch ganz persönlich, nämlich nach New York. Und von dort hat er dann regelmäßig aus den USA berichtet. Nicht zu vergessen, auch 2019 hat Klaus Brinkbäumer ein Buchprojekt begonnen. Das Buch ist im Jahre 2020 bei C.H. Beck erschienen. Im Wahn, die amerikanische Katastrophe heißt es. Und geschrieben hat er es zusammen mit dem Dokumentarfilmer Stefan Lambi. Und die beiden haben daraus später auch einen ARD-Film gemacht. Ja, und seit Anfang dieses Jahres ist Klaus Brinkbäumer Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Wer jetzt genau zugehört hat, dem fallen schon, was die Städtenamen anbetrifft, schon ein paar Gemeinsamkeiten auf. Also Hamburg, Leipzig, möglicherweise kommen wir darauf sogar noch am Ende des Gesprächs zurück. Aber wir beginnen natürlich mit den USA. Und da gehe ich jetzt mal bei Ihnen beiden davon aus, dass Ihre Faszination für das Land jetzt nicht in erster Linie damit zusammengehangen hat, dass Sie über den Wahnsinn der Trump-Zeit berichten durften. Ich fange mal mit Ihnen an, Frau Havertz. Sie sind ja ganz sicher nicht strafversetzt worden nach Washington, sondern Sie haben ganz im Gegenteil vermutlich einiges dafür unternommen, davon Berufswegen hinzudürfen. Warum die USA? Das ist bei mir eine lange Verbundenheit und Hassliebe, nenne ich es aber mit Betonung auf Liebe, weil ich liebe dieses Land sehr. Es ist mir eine zweite Heimat geworden, seit ich hier studiert habe, Anfang der 2000er. Und in Ohio, wie Sie es schon erwähnt haben, studiert habe, was eine dieser Flyover-Staaten ist, wie die Amerikanerinnen und Amerikaner es gerne nennen. Also die Bundesstaaten, die man eigentlich nur überfliegt auf dem Weg von einer Küste zur anderen. Ich war also mittendrin in diesem Land und es hat mich fasziniert. Und bedrückt teilweise auch. Und es ist einem nah und fern zugleich. Und ich glaube, dadurch ist meine Liebe zu diesem Land entstanden. Aber eben auch der Hass. Ich nenne es mal in Anführungszeichen Hass. Aber es gibt natürlich viele Dinge, an denen man sich hier reiben kann, die problematisch sind. Und seitdem habe ich mich immer mit den USA auseinandergesetzt, auch in meiner journalistischen Laufbahn, war immer wieder für Rechercheprojekte in den USA. Und dann hatte ich im vergangenen Jahr die Chance, trotz Pandemie in die USA zu kommen. Das war natürlich ein kleines Abenteuer, trotz Einreisebeschränkungen es in die USA zu schaffen. Ich habe einen kleinen Umweg genommen, war zwei Wochen in einem Drittland, weil es gab zu dem Zeitpunkt noch tatsächlich ein sehr striktes Reiseverbot zwischen dem Schengen-Raum und den USA. Auch Journalistinnen mit Visum konnten das nicht umgehen. Und dann war ich zwei Wochen in Costa Rica und seitdem bin ich hier. Und es ist eine große Faszination. Die vier Jahre Trump waren natürlich sehr anstrengend. Und jetzt bekomme ich auch noch das neue Zeitalter Biden mit. Aber natürlich bleiben ganz viele Dinge aus der Trump-Ära auch. Und das macht es faszinierend und spannend und für eine Reporterin natürlich eine, finde ich, der besten Stellen, die man überhaupt haben kann. Und von Ihnen, Herr Brinkbauer, weiß ich, dass es neben Politik und der ja wirklich grandiosen Stadt New York noch mindestens zwei Motive für Ihre, ich nenne es mal Liebe, zu den USA gibt. Jetzt bin ich gespannt. Und ich glaube, herausgehört zu haben, nachdem ich Ihren Podcast ja mehrfach gehört habe, ich glaube, herausgehört zu haben, dass es dabei um Sport und Musik geht. Wollen Sie uns da mal ein, zwei kurze Stichworte nennen? Ja, sehr gern. Und das ist mehr. Es ist so eine Begeisterung, die über Literatur und Musik und Film entstand, also für die amerikanische Kultur. Sie erstreckt sich aber auch wirklich auf Reisen in Amerika. Ich liebe das durch das, ich glaube, Rieke ja auch, neulich im Podcast über Montana gesprochen, diese weiten amerikanischen Bundesstaaten. Also eine Begeisterung für die Nationalparks, für diese mit Deutschland wirklich schlicht nicht zu vergleichende Weite und auch Schönheit der amerikanischen Natur, die das, was Sie angesprochen haben, betrifft, also Leidenschaft für Sport. Ich habe in Santa Barbara selbst ein Volleyballstipendium gehabt und da, also ich habe Volleyball gespielt, als Leistungssport betrieben und mir darüber das Studium finanziert damals. Und dadurch den amerikanischen Sport wirklich, ja, von innen kennengelernt, weil es, weil es die, so College-Sport, weil das wirklich eine große Rolle spielt in der, in der amerikanischen Kultur. Und wie funktionieren Mannschaften dort? Sehr militärisch funktionieren sie. Darüber kam dann eine, eine Begeisterung. Ich bin da mit meinen, mit meinen Kumpels zu den Los Angeles Lakers gefahren. Wir haben Basketball geschaut dort. Kareem Abdul-Jabbar und Magic Johnson haben gespielt in Los Angeles. Und ich bin zum Baseball gegangen und zum Football und die Liebe zum Basketball und zum Eishockey ist geblieben. Ich liebe das Segeln vor Amerikas Küsten. Regatten vor Newport, Rhode Island sind spektakulär, meistens, weil der Wind dort grandios ist und schwierige Strömungsbedingungen und so. Ich könnte jetzt endlos schwärmen. Habe ich schon Wort über die amerikanische Literatur verloren? John Irving war einer meiner ersten Lieblingsschriftsteller und Ann Tyler ist es bis heute. Okay, und das zweite Stichwort wäre Musik gewesen, da ich aber weiß, dass Sie Bruce Springsteen-Fan sind. Und wenn ich Sie jetzt losließe, würden Sie wahrscheinlich darüber in einer halben Stunde reden. Ich kann das wirklich mit zwei, drei Sätzen sagen. Die Begeisterung ist natürlich alt. Ich bin großer Springsteen-Fan, das stimmt. Aber ich habe mal ein Konzert, das eines dieser ganz besonderen war, erleben dürfen vor einer Tournee. Da habe ich über Springsteen geschrieben, spielte er, wie er das immer macht, Trainingskonzerte in Asbury Park. Das ist seine Heimat in New Jersey. Und das ist eine ganz schrabbelige, alte, kleine Halle, nur wenige Menschen drin. Und er probt in Wahrheit, probt öffentlich. Und da habe ich ihn dann interviewt für die Geschichte, die ich geschrieben habe. Und Journalisten müssen nicht immer neutral sein. Okay, bevor wir jetzt zu dem Punkt kommen, worüber Sie mit oder in OK America berichten, ist jetzt eigentlich zunächst mal die naheliegende Frage, womit Sie da zuletzt informiert haben, nämlich mit einem Podcast. Jetzt ist die Frage, wie sind Sie denn eigentlich darauf gekommen? Ich frage mal Sie zuerst, Frau Havertz, war das möglicherweise Ihre Idee oder war die Idee einfach, naja, Podcast machen zurzeit alle, können wir auch? Wir können das natürlich auch, das war schon klar. Deswegen haben wir natürlich auch überlegt, was wir vor einer US-Wahl noch an besonderen Themen machen könnten und auch an besonderen Formaten. Und wir hatten keinen expliziten Auslandspodcast bei Zeit Online. Wir hatten auch keinen expliziten US-Podcast. Und dadurch, dass Klaus dann bei uns als Autor tätig war und auch sehr viel Lust auf das Format hatte, glaube ich, sind so im Grunde beide Seiten unabhängig voneinander aufeinander zugekommen. Und dann haben wir das innerhalb von, ich weiß nicht, Klaus, erinnerst du dich noch fünf Wochen, sechs Wochen von der ersten Idee bis zur ersten Sendung aus dem Boden gehoben. Und es macht seitdem sehr viel Spaß, aber es war tatsächlich eine sehr, sehr, sehr spontane Aktion. Na, wenn ich kurz ergänzen darf. Ich hatte tatsächlich aus einem ganz konkreten Anlass, nämlich dem Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump, Jochen Wegener, den Chefredakteur von Zeit Online, angeschrieben und gefragt, hey Jochen, man müsste doch und sollten wir nicht. Und dann aber doch sofort, weil das ja jetzt läuft. Und aus diesem Zuruf entstand dann diese sehr viel durchdachtere gemeinsame Aktion, die tatsächlich nichts als Freude macht. Genau, so danach klingt es auch. Es klingt, wenn man so will, noch nicht mal wirklich nach Arbeit, aber spätestens damit, würde ich sagen, liege ich dann aber doch falsch, oder? Es ist schön, wenn es so klingt. Das kann ich nur unterstützen, ja. Okay, dann mache ich mal mit einer Frage weiter, die uns über Instagram und im Vorfeld von unserem Publikum gestellt wurde. Das klingt so, nicht nur als würden sie Spaß daran haben, sondern es klingt auch, als wenn sie beide einfach wahnsinnig eingespielt sein würden. Die Frage von Jennifer R., so hat sie sich ja bei uns gemeldet, war, ob sie beide schon vor dem Podcast auch viele berufliche Berührungspunkte hatten, eben weil sie so gut eingespielt klingen. Hatten Sie das, Frau Havertz? Nein, gar nicht. Also wir kannten uns vom, also ich kannte Klaus natürlich vom Namen und von dem, was er beruflich schon gemacht hatte. Und wir haben dann ein einziges Mal in dieser Konzeptionsphase über FaceTime, glaube ich, gesprochen. Ich weiß nicht, ob du im Auto warst oder auf jeden Fall haben wir da uns überhaupt mal kennengelernt und überlegt, ob wir uns das zusammen vorstellen können. Und ich glaube, das hat einfach von Anfang an sehr gut mit uns funktioniert. Und ich kannte Riekes Namen ebenso, wie sie es gerade andersherum beschrieben hat. Aber zu der Zeit, als es dann um die Entstehung des Podcasts ging, hat Rieke gar nicht so viel geschrieben. Als CVD bei Zeit Online war die wesentliche Aufgabe etwas anderes. Trotzdem kannte ich ältere Texte aus der Taz, aber das muss ich jetzt gar nicht wiederholen. Begegnet waren wir uns noch nie, nein. Und weil es eben für großes Gelächter gesorgt hat, dass das alles gar keine Arbeit sei, komme ich jetzt noch zu einer ergänzenden Frage, die gar nicht schlecht passt, von SAP7, der die gestellt hat. Der hat nämlich danach gefragt, ob der Aufwand von Folge 1 bis Folge jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele es schon sind, ob der Aufwand immer größer geworden ist. Jetzt würde ich, wenn ich die erste Folge anhöre, sagen, nee, ich würde behaupten, am Anfang war das Ganze vielleicht sogar viel gescripteter, als das später der Fall gewesen ist. Stimmt das so oder stimmt das nicht? Also ich frage jetzt mal vielleicht an Frau Havertz. Das kommt aus meiner Sicht, hängt das wirklich von jeder Folge ab. Am Anfang war es natürlich mehr Arbeit, weil man noch nicht so sich wohlgefühlt hat in dem Format und weil wir uns natürlich auch finden mussten in dem, wie wir es machen und wie sich dann auch so eine Show entwickelt. Ich weiß nicht, wie Klaus das sieht, aber natürlich wird es mit größerer Erfahrung und weil wir uns dann immer besser kannten einfacher, aber es wird nicht unbedingt weniger Arbeit, weil wenn es um komplexe Themen geht oder wenn es um Sonderfolgen geht, die wir zum Beispiel während der Wahlzeit viel gemacht haben oder nach dem Tod von George Floyd, als wir einfach dann zwei Tage später on air waren, um das aktuell einzuordnen. Und da, das ist, finde ich, für mich ist das individuell, das kommt darauf an, auch wie zu Hause ich in einem Thema bin, weil nicht mit jedem Sendungsthema, und es sind übrigens mittlerweile 50 Folgen, die wir gemacht haben, ist man ja gleich, gleich, also nicht in jedem Thema ist man so gut drin und dann muss man sich manchmal auch natürlich länger vorbereiten. Die Themen, die wirklich richtig viel Vorbereitung brauchen, sind die ganz weit zurückreichenden historischen. Also wenn Sie zum Beispiel über die amerikanische Einwanderung auch im historischen Sinne reden, die Situation, das haben wir neulich gemacht, vor einigen Wochen, die Situation an der Grenze zu Mexiko als anders nehmend und dann aber eine Geschichte der amerikanischen Einwanderung erzählen wollen, dann müssen Zahlen, Daten und so weiter unbedingt stimmen, also wirklich präzise sein. Und dann muss man auch erklären, wo die Deutschen sich in Amerika wirklich niedergelassen haben, in welchen Regionen und in welchen Städten und Prozentanteile sollten Sie kennen und dergleichen. Und das ist dann wirklich Recherche und Lektüre natürlich, aber auch das ein oder andere Gespräch und präzises Formulieren eines Skriptes. Normalerweise skripten wir den Podcast grob, also wir haben ein grobes Sendungskonzept und das war bei der ersten Folge schon genauso, wie es heute ist. Okay, wir gehen jetzt tatsächlich mal zurück in Folge 1. So ein Rückblick, das muss man jetzt sozusagen als Disclaimer schon mal ein bisschen davor schicken, so ein Rückblick ist natürlich immer ein bisschen gemein. Wenn man die alten Podcast-Folgen hört und die sind ja auf Spotify natürlich alle noch nachzuhören, dann gibt es da diesen Effekt. Üblicherweise ist es bei politischen Beobachtern und bei Beobachtern ist es vielleicht sogar noch viel mehr der Fall als bei Beobachter, bei Beobachterinnen. Üblicherweise gibt es ja diesen Effekt, dass alle immer sagen, ja, oder alle waren nachher immer alle schon vorher schlauer, angeblich zumindest. Das klappt natürlich dann schlecht, wenn man nachhören kann, wer wann zu welchem Zeitpunkt was gesagt hat. Also in Folge 1, die erste Folge Okay, America. Damals befanden wir uns noch in den Vorwahlen, unglaublich von heute aus zurückgeblickt. Damals befanden wir uns noch in den Vorwahlen und da ist die Rede von einem mutlosen Mann des Establishments, der eigentlich nicht viel mehr drauf hat, als in die vor Trump-Zeit zurückzuwollen. Das ist jetzt unglücklicherweise, ich glaube sogar eine Einschätzung von Ihnen beiden, aber habhaft machen kann man dafür auf jeden Fall, Rikke Harbert. Das war vor 14 Monaten. Also mit diesem alten Mann, der mutlos ist und eigentlich nur zurück will in die Vorzeit, das stimmt definitiv nicht, wenn wir uns jetzt die Gegenwart angucken, oder? Das stimmt nicht, das stimmt, aber möchte ich zu meiner eigenen Verteidigung sagen, damals im März, weil im Vorwahlkampf hat er sich nicht als besonders progressiv, nicht als besonders links dargestellt, sondern da war er ein Kandidat der moderaten Demokraten und er hat, glaube ich, alle überrascht. Und das ist aber auch gut und das ist was Positives und deswegen bin ich sehr froh, dass meine Einschätzung von vor einem Jahr nicht mehr stimmig ist, weil Joe Biden tatsächlich vielleicht genau der Präsident ist, den dieses Land gerade braucht. Weil er ist entschlossen, er ist dynamisch, er geht viele Dinge an und vor allen Dingen hat er, das ist für mich, finde ich, fast das Wichtigste, neben seinem Covid-Hilfsprogramm und seinem Infrastrukturprogramm auch noch eine große Gesetzesinitiative zu, er nennt es America Families Plan aufgesetzt. Und da geht es vor allen Dingen um Sozialpolitik, da geht es um Vereinbarkeit von Familie und Beruf, da geht es darum, Kinderarmut zu bekämpfen, da geht es darum, Kitas auszubauen und ich glaube, das ist etwas, was diesem Land tatsächlich fehlt und was strukturell eine Veränderung bringen könnte, auch langfristig über einen Stimulus-Scheck hinaus. Damit sind wir dann auch schon in der Gegenwart, aber jetzt tatsächlich würde ich auch noch mal fragen, eine Frage an Sie, Klaus Brinkbäumer. Sie waren damals ein erklärter Steve-Buttigich-Fan und waren auch kein Mann für Joe Biden, oder? Ich mochte einige der anderen Kandidatinnen und Kandidaten lieber. Der von Ihnen genannte Buttigich gehört dazu. Elizabeth Warren, die von Rieke nun auch sehr geschätzt wird, wie mehrfach zu hören war in den älteren Folgen, gehört dazu. Bernie Sanders war kämpferisch damals und war zwischenzeitlich auch der Favorit. Ich habe überhaupt kein Problem damit, Fehler einzugestehen. Da waren einige Fehleinschätzungen in den letzten Monaten und zu den USA gehört tatsächlich auch immer der Widerspruch dazu. Man findet in diesem so großen und weiten Land für jede These eine Gegenthese. Und dann ist immer die Frage, was setzt sich durch? Da kann man dann, wenn man es vorab, also wenn man es zu prognostizieren versucht, schon auch mal falsch liegen. Bei Biden, Rieke hat es gerade schon angedeutet, war es aber wahr damals. Der war wirklich einer der schwächsten Wahlkämpfer und er verlor ja auch, das vergisst man jetzt in der Rückschau leicht, die ersten Vorwahlen richtig drastisch. Also er war in Iowa und New Hampshire richtig abgeschlagen. Und dann hat sich das Parteiestablishment geeinigt auf Biden, um Sanders und Warren, die ihn zu progressiv waren, zu verhindern. Also es war so ein richtiger Schachzug. Wir einigen uns auf einen Mann der Mitte, dann haben die Progressiven nicht genug Stimmen. Das ist demokratisch legitim, das ist kein Putsch oder so. Es gab Abstimmungen und dann sind andere moderate Kandidaten zurückgezogen und haben den Weg für Biden freigemacht. Und plötzlich kam er nach vorne. Was keiner erwartet hat oder jedenfalls ich nicht und ich glaube viele andere Menschen auch nicht, ist, dass er dann im Weißen Haus wirklich derart die Chance ergreifen würde, die er jetzt für einige Zeit hat. Also wirklich sagt, okay, jetzt muss ich es angehen, ich muss jetzt handeln. Der ist mutiger als Obama es war und auch mutiger als Bill Clinton es war. Der versucht die Zeit, die er hat, wirklich zu nutzen und Dinge durchzusetzen. Und das hätte ich nicht erwartet von ihm. Also da liegt sicherlich meine Fehleinschätzung. Okay, das war jetzt schon die Gegenwart und wir versuchen auch noch einen Blick dann in die Zukunft, um möglicherweise dann wieder falsch zu liegen. Aber jetzt nützt es ja alles nichts. Wenn wir auch nochmal zurückblicken wollen und das müssen wir auch, dann werden wir auch über ihn reden müssen. Das Gute dabei ist, dass meine Bedenken, dass sie dazu vielleicht einfach gar keine Lust mehr haben und noch weiter über Trump reden wollen, nachdem er nun hoffentlich Geschichte ist. Jetzt müssen sich meine Bedenken allerdings gar nicht allzu sehr steigern, denn sie haben in ihrem letzten Podcast ja auch über ihn, über Donald Trump gesprochen. Das heißt, jetzt bleiben wir mal in der Gegenwart. Was macht er denn im Augenblick eigentlich? Also in ihrem Podcast habe ich gehört, er schreibt wieder, jetzt nicht auf Twitter, da ist er immer noch gesperrt, aber er schreibt E-Mails und er schreibt auch E-Mails an Sie, Frau Havertz, oder? Er schreibt E-Mails an alle, die diesen Dienst abonnieren. Und er hat jetzt ja auch seit der vergangenen Woche einen Blog, nennt er es, glaube ich, also wo diese E-Mails auch abrufbar sind für alle, die die E-Mails nicht jeden Tag im Postfach haben wollen. Er hat sein Büro in Florida bezogen und von da aus kommentiert er noch, so scheint es von der Seitenlinie alles, was aktuell so passiert, unter anderem die Debatte innerhalb der republikanischen Partei um Liz Cheney, eine der mächtigeren Frauen in der Partei, die sich offen gegen Trump stellt, offen gegen die Lüge vom Wahlbetrug, die Trump immer noch forciert und die könnte ihren Posten verlieren. Jetzt in dieser Woche steht eine Entscheidung darüber an, ob sie tatsächlich die Nummer drei im Repräsentantenhaus in Washington, D.C. bleibt. Das kommentiert er viel. Er kommentiert Nachzählungen bei der Präsidentschaftswahl in Arizona, die noch einmal von Republikanern da durchgesetzt wurde, obwohl es keinerlei Anlass gibt, an dem Ergebnis in Arizona zu zweifeln. Also er mischt noch mit und er ist auf jeden Fall, da muss ich Sie leider enttäuschen, nicht Geschichte. Aus meiner Sicht ist er immer noch das machtvolle Zentrum der republikanischen Partei. Und in den kommenden Monaten wird sich zeigen, wie mächtig er noch ist, wie sich diese Partei entwickelt. Wird sie ihm loyal ergeben sein oder wird es sogar eine Aufspaltung geben oder setzen sich doch die eher moderaten Kräfte durch? Für Letzteres sehe ich gerade nicht wahnsinnig große Chancen. Und das ist ja das Gute, wenn man mit jemandem spricht, die Korrespondentin in den Vereinigten Staaten ist. Ich frage mich, ob das nur mir so geht oder vielleicht sogar auch Ihnen, Herr Brinkbäumer, dass Trump im Augenblick für die meisten in Deutschland, zumindest für die meisten, mit denen ich so gesprochen habe, dass Trump irgendwie schon wieder fast wie jemand erscheint aus einer anderen Zeit. Irgendwas zwischen egal und vergessen. Wie geht Ihnen das da jetzt selber? Sie sind jetzt ja wieder in Deutschland. Haben Sie immer noch so einen genauen Fokus auf Trump und was er tut und was er nicht tut und was er schreibt, so wie das Rieke Havertz ja tun muss? Ja, klar, weil ich natürlich für die Arbeit an OK America selbstverständlich informiert bleibe, auch ständig in die USA telefoniere, New York Times, Washington Post, New Yorker und all die aufregenden Blätter nach wie vor lese. Und was Trump angeht, ist es so, also im Moment, die New York Times schrieb vor ein paar Tagen von Iron Grip, also dass er immer noch einen eisernen Zugriff auf die republikanische Partei habe und ganz sicherlich Kandidaten und Kandidatinnen ernenne, also immer die entscheidende Stimme sei, wenn es darum geht, okay, wer soll jetzt in welchem Wahlbezirk antreten? Dann pilgern die alle nach Mar-a-Lago, wo Trump wohnt, wo sein Golf-Resort ist, wo er selber im Moment wohnt und wollen dann die Zustimmung des Patriarchen haben und gehen auf die Knie, das meine ich jetzt metaphorisch, und dann gibt Trump seinen Segen. So, das ist immer noch so. Und da wir vorhin schon bei Fehleinschätzungen waren, ich hätte gedacht, dass Donald Trump nach der Wahlniederlage und nachdem die Republikaner ja auch den Senat noch verloren hatten, langsam verschwinden würde und dass die Partei sich auch langsam von ihm lösen würde. Und das ist so nicht. Die haben sich wirklich verschworen. Die sagen auch, die Republikaner sagen mehrheitlich, nur mit Trump können wir wachsen. Das ist ein Zitat von Lindsey Graham aus den vergangenen Tagen. Und das bedeutet, dass sie die Lügen vom vermeintlichen Wahlbetrug, also die Erzählungen vom vermeintlichen Wahlbetrug mittragen und tatsächlich lieber Trump treu bleiben, als wahrhaftig zu agieren. Das ist schon eine heftige Entscheidung für eine eigentliche demokratische Partei. Ja, in der Tat. Also diese Fehleinschätzung hätte ich Ihnen tatsächlich jetzt auch noch vorgehalten, weil Sie in den Monaten so um die Wahl oder vor der Wahl, hat man von Ihnen eigentlich immer gehört, es wird genügend Berater und Beraterinnen, vielleicht nicht, aber es wird genügend Berater geben, die ihm dann sagen, nee, also du musst es einsehen, es ist jetzt auch gut, vorbei ist vorbei und du musst jetzt gehen. Und dass das irgendwann seinen Lauf nehmen würde und tatsächlich jetzt sogar über die Wahl hinaus, tatsächlich machen die Republikaner mit dieser Lügengeschichte einfach weiter. Also wirklich frappierend. Ja, es ist noch nicht gesagt, dass das auf Dauer eine Fehleinschätzung ist, weil die nächste Präsidentschaftswahl ja noch einige Jahre weg ist, entfernt ist und Trump ist 74 Jahre alt, nicht mehr jung und auch ein Mann, der schnell seine Launen wechselt. Also es kann schon sein, dass der zum Beispiel, wenn die Republikaner auch bei den sogenannten Midterms, das sind die Kongresswahlen in zwei Jahren, in der Mitte einer Präsidentschafts-Ära oder Legislatur, wenn sie da verlieren und deutlich verlieren sollten, dass die Partei Trump dann immer noch abräumt oder dass Trump tatsächlich irgendwann sagt, nee, komm, ich will das nicht mehr und dann raus ist aus der Politik. Warten wir mal ab. Manchmal sollte man Prognosen ja auch erst nach längerer Zeit überprüfen. Im Moment aber ist es so, ich habe mich an der Stelle wirklich geirrt. Er ist da und er ist präsent und er beherrscht diese Partei mit eiserner Faust, wie gerade schon gesagt. Jetzt sehen wir mal auf die Wahl. Wir müssen ja, wir haben jetzt am Anfang über die erste Folge vor allem gesprochen. Das muss man jetzt im Rückblick auch noch mal sehen. Das war ja tatsächlich noch vor Corona-Zeit. Und was die Wahl angeht, da würde ich Sie einfach mal beide um Ihre Meinung dazu bitten. War für Sie damals schon zu Beginn dieser ersten Folge, war für Sie schon irgendwie abschätzbar, wie groß diese Pandemie Einfluss nehmen würde auf die Wahl? Und dann vor allem, was glauben Sie, wie viel Anteil hatte dieses Management oder besser dieses Nicht-Management der Corona-Pandemie mit dem Wahlausgang zu tun? Vielleicht versuchen Sie mal zuerst zu antworten, Frau Havertz. Das habe ich nicht absehen können, nein. Ich glaube, das hat niemand absehen können, wie groß diese Pandemie wird, global, also nicht nur auf die US-Wahl bezogen. Und was den Wahlkampf in den USA angeht, da war das sicherlich ein entscheidendes Moment. Es war ein entscheidendes Thema. Hätte die Arbeitslosigkeit anders ausgesehen zur Wahl, hätte es diese Pandemie nicht gegeben, hätte es dieses Miss-Management nicht gegeben, hätten vielleicht viele doch, wären nicht zur Wahl gegangen. Ich glaube, das ist meine These. Dann wären nicht so viele Demokraten oder vielleicht auch einfach Trump-Gegner zur Wahl gegangen und hätten ihn gewählt, weil ich glaube, für die treuen Trump-Wählerinnen und Wähler hat die Pandemie keinen Unterschied gemacht. Sie hat das nicht dazu bewegt, andere, Biden zu wählen oder nicht zu wählen. Ich glaube, dass es eher auf der anderen Seite noch mal mehr mobilisiert hat und dass das eine große Rolle gespielt hat. Es gab aber in diesem Wahlkampf so viele Themen, die so emotionalisiert haben. Der Tod von George Floyd, gerade schon angesprochen, der Tod von Ruth Bader Ginsburg und damit die Nachbesetzung am Supreme Court. Also in diesem Wahlkampf, und das konnte, glaube ich, niemand absehen, war gefühlt jede Woche ein anderes Thema so groß. Und man dachte, das ist das entscheidende, das war ein entscheidendes Thema. Und dann kam es doch wieder anders. Aber die Pandemie war sicherlich ein entscheidender Faktor, ja. Was würden Sie sagen, Herr Brinkbäume, also in den Nachbefragungen von den Leuten, die aus den Wahlkabinen kommen, gab es dann ja immer so die ersten Shots, so was war jetzt wirklich wichtig. Gehörte die Pandemie da auf jeden Fall dazu? Ja, ich möchte jetzt nicht wiederholen, was Ricke gesagt hat, weil es schlicht stimmt. Ich versuche noch zwei Gedanken zu ergänzen. Also zum einen ist Trump dafür bestraft worden, dass er wirklich amateurhaft und vor allem aber empathielos agiert hatte. Das war auch in vielen Befragungen zu hören, in vielen Interviews hinterher. Er hat es nicht geschafft, während der Pandemie zu trauern, mitzufühlen, in irgendeiner Form warmherzig zu sein. Und das wird Politikern und Politikerinnen in Krisenzeiten nicht verziehen. Dann noch ein zweiter Gedanke. Die Pandemie ist letztlich die Ursache der heutigen Demokratiekrise, weil die ganzen Diskussionen darüber, ob die Wahl legitim war, also Bidens Wahl legitim war, kommt aus der Tatsache, dass die Republikaner am Wahltag zu den Wahlurnen gegangen sind, Covid nicht fürchtend, während die Demokraten, also die Anhänger meine ich natürlich, und Anhängerinnen der Demokraten, Briefwahl gemacht haben. Mehrheitlich, oder in ganz, ganz großer Zahl jedenfalls. Und daraus entstand diese Diskussion. Trump führte dann am Wahlabend zunächst bei den Auszählungen und dann wurden die ganzen Briefwahlzettel ausgezählt und dann kippte das Ganze zu beiden. Daraus entstand diese Legende, die bis heute nachwirkt und die, wenn es schief geht, wirklich die amerikanische Demokratie zum Einsturz bringen kann, weil es ja immer weitergetrieben wird. Die Wahl war nicht legitim, die Wahl war nicht legitim, man hört und liest es überall. Und wie gerade schon gesagt, die Republikanische Partei bestätigt das immer wieder neu und da kommen die nicht mehr raus. Das hat letztlich mit der Pandemie zu tun. Wenn wir uns das jetzt nochmal angucken, also auch diese Spaltung, die durch das Land geht, davon wird hier allen Teilen gesprochen, frage ich mich, inwiefern hat Donald Trump eigentlich dieser Lügenerzählung, also die Pandemie ist möglicherweise harmlos und die Wahl wurde gefälscht und die Wahl war ja eigentlich schon am Wahlabend entschieden und jetzt seien dann im Nachhinein die von Ihnen angesprochenen Briefwahlstimmen dazugekommen und das sei einfach viel zu viel und es haben Tote gewählt. Also, dass alle, die sich mit der amerikanischen Politik beschäftigt haben, kennen das ja noch. Inwiefern kann es sein, dass Donald Trump sich selbst geglaubt hat oder möglicherweise sogar immer noch glaubt, dass er wirklich die Wahl gewonnen hat und dass es wirklich einen Wahlbetrug gegeben hat? Ist das vorstellbar oder ist auch er, so wie viele andere in seiner Partei, ein reiner machtzynischer Taktiker? Ja, ich halte es für vorstellbar. Rico und ich sagen in OK America immer wieder mal, ich würde jetzt schätzen alle vier, fünf Wochen mal, dass wir nicht die Seele Donald Trumps ergründen und allzu sehr psychologisieren wollten und hin und wieder versucht man dann natürlich trotzdem die Motive dieses Mannes zu deuten. Eine ganz wesentliche biografische, ja, wie soll man sagen, Wendemark ist der falsche Begriff, aber Marke ist dieses Loser-Image, ja, das ist für Trump ganz zentral. Das spielt ihm, ich würde sagen, dass das das wesentliche Motiv in seinem Leben ist, Winning and Losing, also Gewinnen und Verlieren. Sein Vater hat ihm wirklich, wirklich eingeprügelt, buchstäblich, du darfst nicht verlieren und zwar auf gar keinen Fall. Ich glaube, Trump kann das nicht zugeben, dass er verloren hat, schon gar nicht gegen jemanden wie Joe Biden, den er für einen Schwächling hält. Nach Trump-Kategorien ist Biden ein irgendwie weicher Mann, also kein echter Kerl. Ich argumentiere jetzt aus Trumps Sicht oder versuche das verständlich zu machen, dass er es möglicherweise selber glaubt, weil er sich so weit hineingeredet hat, das war ja Ihre Frage gerade, kann sein, ist möglich. Seine Berater oder jedenfalls die Leute, die ihn erreichen, bestärken ihn in seinen Thesen. Das hörte man aus dem Trump-Umfeld immer wieder in den vergangenen Monaten. Er hat wenig Leute noch um sich gehabt, die gesagt haben, Mr. President, das ist einfach Unsinn, was sie da sagen. Die gab es nicht mehr, die waren alle weg. Und wenn er dann nur bestärkt wird und wenn er nur die Medien hört, Fox News und so weiter, die es und sieht, die es auch bestätigen, dann kann es schon sein, dass er irgendwann selber so weit ist, dass er sich für unfehlbar und eben unbesiegbar hält. Aber das ist jetzt nur eine These, in Wahrheit kann man das nicht wissen. Dass er rein zynisch drauf schaut und sagt, das ist jetzt unsere Strategie, wir kommen damit durch, damit fangen wir die Leute an und es in Wahrheit besser weiß, ist auch möglich. Jetzt haben wir von Spaltung schon gesprochen und das Stichwort ist auch schon gefallen, Black Life Matters. Auch verglichen, was die, oder auch in Bezug auf den Wahlausgang, aber eigentlich auch verglichen mit dem, was heute ist. Was würde man sagen, wie war oder wie ist das Verhältnis der weißen noch Mehrheitsbevölkerung zu den People of Color jetzt? Und inwieweit kann man sagen, ja, Biden hat möglicherweise jetzt schon etwas dazu getan, um diesen Graben, der sich da aufgetan hatte, oder diese Spaltung, die da zu sehen war, das irgendwie zu heilen, hat man da ja in dem Fall immer gesagt, Frau Horvath. Ich glaube, man darf nicht von Heilung sprechen. Ich glaube, damit wird man keinem Präsidenten gerecht, weil das ein viel zu großes Wort ist für das, was in diesem Land seit Jahrzehnten passiert. Diese Spaltung ist nicht erst seit Donald Trump da. Diese Spaltung hat sich über Jahrzehnte gebildet. Kein Mann allein, kein Präsident allein, keine Präsidentin allein könnte diese Spaltung einfach mal so ungeschehen machen. Auch Joe Biden nicht. Was er getan hat oder was er tut als Präsident ist, dass er Probleme anspricht, dass er aus dem Weißen Haus nicht mehr voller Hass und Rassismus, Frauenverachtung und Zynismus rhetorisch agiert, so wie das sein Vorgänger oft getan hat. Das ist natürlich hilfreich. Rein politisch hat, ich sage es jetzt mal ganz hart, Biden noch gar nichts getan, um diese rassistische Spaltung, von der Sie gerade gesprochen haben, irgendwie besser zu machen. Das ist natürlich auch schwer für eine Bundesregierung. Er kann auch, was soll ein Präsident alleine tun. Die Demokraten haben ein Gesetz in den Kongress eingebracht, den George Floyd Policing Act. Da soll es darum gehen, Polizistinnen und Polizisten haftbarer zu machen. Dieser Gesetzentwurf liegt aber im Senat. Da werden die Republikaner auf keinen Fall mitstimmen. Und für eine Mehrheit braucht es 60 Stimmen, also zehn Stimmen von den Republikanern. Und insofern ist aus dem Weißen Haus heraus nicht viel passiert bislang. Aber ich glaube, da muss man auch sagen, natürlich die ersten 100 Tage standen ganz im Fokus der Corona-Pandemie. Es musste ein Impffortschritt erzielt werden. Die Wirtschaft muss wieder angekurbelt werden. Das war der ganz klare Fokus von Biden, das auch zu Recht. Aber ich finde, jetzt muss er eben mehr tun, als nur gute und empathische Worte zu verlieren. Und natürlich hat man das Gefühl, das Urteil im George Floyd-Prozess, also das Urteil im Prozess gegen Derek Chauvin, der jetzt in drei Anklagepunkten schuldig gesprochen wurde, George Floyd getötet zu haben, das hat gefühlt für eine gewisse Erleichterung gesorgt. Aber natürlich ist ein Urteil nicht Politik maßgebend. Die Politik muss handeln. Und da sind natürlich auch einfach die Bundesstaaten gefragt. Da sind einzelne Städte gefragt. Wie verteilen wir Gelder? Wie viele Gelder bekommt die Polizei? Wie viel Geld stecken wir in Sozialarbeit? Wie bilden wir unsere Polizistinnen und Polizisten aus? Aber da ist auch jeder Einzelne in der Bevölkerung gefragt. Wie gehe ich mit meinen Nachbarn um? Was habe ich für Rassismus in mir selbst? Und ich glaube, das ist eben eine Aufgabe für eine gesamte Gesellschaft und nicht nur für einen Präsidenten. Darf ich ausnahmsweise widersprechen? Ja, auf jeden Fall. Sehr gerne. Wir machen das, da wir so genau diskutieren wollen bei OK America, ja hin und wieder, dass wir dann bei Details merken, nee, das sieht man, da sehe ich anders. Oder Ricke sieht das anders. Ich glaube, dass Biden, jetzt zum konkreten Fall, ich glaube, dass Biden die Infrastrukturvorhaben so massiv ausgerichtet hat und ja auch mit so viel Geld hinterlegt hat, dass man sagen kann, dass es gerade beim Thema Rassismus enorm progressiv und willensstark und sehr viel mutiger als Obama es war oder viele andere Präsidenten und Präsidentinnen, kann man wahrlich nicht sagen, es waren nur Männer, also als viele andere Präsidenten. Biden versucht, Dinge, die in der Vergangenheit geradezu kriminell waren, auf jeden Fall rassistisch waren, auf jeden Fall ungerecht waren, zu begradigen und wirklich einzugreifen in die amerikanische Wirklichkeit. Jetzt nur eines von vielen Beispielen, so die Stadtteile, mir fällt New Orleans ein, die in der Vergangenheit abgeschnitten worden waren von Highways und großen Straßen, weil eben jene Stadtteile nicht wirklich betrachtet oder beachtet worden waren. Dort lebten vor allem Minderheiten, Afroamerikaner, Afroamerikanerinnen oder Migranten. Die sollen reintegriert werden, den Anschluss wiederfinden, durch Straßenbauprojekte wieder aufgewertet werden. Das ist tatsächlich richtig handfeste und mutige Politik in Rassismusfragen. Wenn es jetzt darum geht, wer die Wahl möglicherweise wie entschieden hat oder wenn wir uns auch etwas mehr, sagen wir mal, weniger dem politischen als vielmehr dem gesellschaftlichen Zusammenhang zuwenden. Und wenn wir jetzt überlegen, wir nehmen eine andere Gruppe in den Fokus, die natürlich überhaupt gar keine Minderheit ist, aber trotzdem könnte man fast davon ausgehen, zu Zeiten von Trump war das eine, dann spreche ich jetzt also über Frauen. Wir müssen beim Frauenbild von Trump gar nicht dahin zurückgehen, wohin er meinte, alle Frauen anfassen zu dürfen. Aber allein, wenn man die Trump-Entourage sich so angesehen hat und wenn man dazwischen mal tatsächlich Frauen entdecken konnte, dann waren die alle sehr, sehr ähnlich. Also sehr schlank, sehr farbig, farbig, also farbig gekleidet natürlich, sehr geschminkt und sehr langhaarig. Täuscht mich da mal ein Rückblick oder sieht das heute nicht doch deutlich anders aus? Nicht nur, was die Regierung oder das Regierungsteam angeht, sondern ist möglicherweise da sowieso ein anderer Wandel im Gange, der vielleicht weniger männlich ist, als die Politik glaubte, auch zu Trumps Zeiten sein zu müssen. Das Stichwort hat Klaus Brinkbräune ja eben gegeben. Also man darf kein Loser sein, sondern man muss irgendwie der harte Tough Guy sein, der sich irgendwie durchsetzt. Gibt es so eine Art von Wandel schon und welchen Anteil haben da möglicherweise die Frauen daran? Natürlich gibt es, also ich möchte gar nicht Wandel sagen, ich fand also aus meiner Sicht natürlich die Trump-Regierung extrem rückschrittig, was die Diversität angeht und das betrifft nicht nur Frauen, das betrifft eben auch Minderheiten. Joe Biden hat ein Versprechen gegeben, dass er ein sehr diverses Kabinett benennen wird und das hat er getan. Kamala Harris ist die erste Vizepräsidentin, die erste Frau, die erste Frau, die eine People of Color ist. Das ist historisch und das ist wichtig und das ist natürlich ein Signal und über die Äußerlichkeiten von den Frauen an Trumps Seite möchte ich mich gar nicht äußern, ehrlich gesagt. Das würde ich tatsächlich in der Vergangenheit belassen wollen. Okay, es sei denn, Sie wollen es ergänzen, Herr Brinkbäumer? Nee, nicht wirklich, die über Äußerlichkeiten tatsächlich, mag ich auch nicht reden, die Trump-Welt, also sein Männer-Frauen-Bild, das ist nun oft genug belegt worden. Ich überlege jetzt, ob mir noch weitere Dinge aus seiner Vergangenheit einfallen, aber er ist der Vergewaltigung beschuldigt worden, das wissen Sie. Er hat Model-Wettbewerbe ausgerichtet und es wurde Schweigegeld an Prostituierte gezahlt. Ich glaube, das genügt an Beispielen. Das sagt einiges über sein Frauenbild. Wenn man sich das Biden-Kabinett anschaut, kann man wirklich erfreut sein. Es gibt mehrere Leute, Buttigieg hat das neulich gesagt, Pete Buttigieg, dass er beim Blick auf das Kabinett denke, das ist Amerika. Und was für ein schöner Satz, weil Menschen aus allen Bevölkerungsgruppen dort sind, Männer und Frauen gleichermaßen dort sind. Die Vizepräsidentin hat Rieke gerade schon angesprochen. Das ist jetzt ein Abbild der amerikanischen Wirklichkeit und in einem Satz, glaube ich, kann man sagen, das war es vorher nicht. Das bringt mich noch zu einer anderen Frage aus unserem Publikum oder von unseren ZuhörerInnen. Fabian Del Rey, so nennt er sich, hat, das Stichwort ist gefallen, hat gefragt, wie würden Sie das denn beurteilen, Kamala Harris? Es gibt ja diese 100-Tage-Bilanz. Wie sieht die denn für Kamala Harris aus? Ist da jetzt schon viel zu sehen gewesen oder hält die sich noch zurück? Kamala Harris hat den Spezialauftrag bekommen, die Krise, ich nenne es Krise, die Regierung nennt es nicht so, an der Grenze zu Mexiko in Angriff zu nehmen, mit ihr umzugehen. Also das große und natürlich auch ewige amerikanische Thema Migration. Und das ist ein wahnsinnig schwieriges Erbe, weil es auch durch die Trump-Jahre so hitzig geworden ist. Sie erinnern sich, die Diskussion um die Mauer, den Bau der Mauer dort, war eine sehr vergiftete Diskussion. Kamala Harris hat einen Spezialauftrag von Joe Biden bekommen. Zunächst war die Frage, was wird sie eigentlich tun? Was wird sie eigentlich machen? Was ist ihre Rolle? Man kann sagen, sie hat eine große Nähe zum Präsidenten. Das ist klar, Biden beruft sich viel auf sie, bezieht sie viel ein. Der Spezialauftrag ist Migration. Also die Situation an der Grenze, an der Südgrenze USA-Mexiko, die in den Trump-Jahren eskaliert war. Wir erinnern uns an die Diskussion um die Mauer, die Trump dort bauen wollte. Das kann man aber jetzt nach 100 Tagen noch nicht bewerten. Das ist ein langfristiges Thema. Ob Frau Harris es hinbekommen wird, wirklich mit klugen Gesetzen, Migration zu steuern, aber nicht zu verhindern, wird die Zukunft beißen. Wie ist Ihre Einschätzung dazu, Frau Haritz? Ja, noch eine Ergänzung. Ich glaube, dass man nicht unterschätzen darf, dass das Amt des Vizepräsidenten, bis jetzt war es ja immer ein männlich besetztes Amt, eigentlich sehr viel Symbolisches hatte. Es war nicht unbedingt das politischste Amt im Kabinett und in der Regierung. und ich glaube, Kamala Harris wird es politischer gestalten, wird versuchen, mehr Akzente zu setzen, aber dafür sind die ersten 100 Tage definitiv ein zu geringes Zeitfenster und diese ersten 100 Tage haben ja traditionell einen sehr starken Fokus eben auf die Arbeit des Präsidenten und nicht unbedingt auf die, die nah an ihm dran sind und nah mit ihm zusammenarbeiten. Ich bin sehr gespannt, was Kamala Harris jetzt in den kommenden Monaten zeigen wird. Und wenn wir uns jetzt der Gegenwart oder der unmittelbaren Gegenwart nochmal zuwenden, vorhin ist das Stichwort ja schon gefallen, also der Mut und der Elan und das viele, was Joe Biden jetzt schon auf den Weg gebracht hat, wird jetzt ja immer der neue Franklin Delano Roosevelt genannt. Jetzt macht er allerdings etwas, also er macht nicht nur sehr schnell, er macht sehr viel und wir haben es angesprochen, er macht etwas, was unglaublich viel kostet. Er macht es auch und das ist für jeden Republikaner wahrscheinlich das Allerschlimmste, was passieren kann. Er macht es dann auch noch mit sehr, sehr viel Staat. Wie kommt das denn an, da in der Bevölkerung, so quer durchs Land gesehen, dass da jetzt unglaublich viel Geld ausgegeben wird durch den Staat, der da mehrere Billionen, muss man dann ja sagen, Dollar zur Verfügung stellt für Infrastruktur und so weiter. Kommt das gut an oder gibt es auch da eine ganz klare Spaltung? Eine Seite sagt, perfekt und die andere Seite sagt, das ist alles des Teufels. Ja, die Spaltung gibt es natürlich auch da. Die Republikaner lehnen die Pläne von Biden ab, vor allen Dingen auch den Infrastrukturplan und der ist ja noch nicht durch den Kongress verabschiedet. Das muss man auch dazu sagen. Viele Pläne, die Biden vorgestellt hat, müssen durch den Kongress verabschiedet werden. Da wird er noch verhandeln müssen, da wird er auch noch Kompromisse machen müssen. Aber die Spaltung ist eben auch in der Bevölkerung. Es gibt, ich habe es jetzt gerade tatsächlich vor unserer Aufnahme auf CNN gehört, Debatten darüber, ob die Arbeitslosenchecks und diese Einmalhilfen, die die Menschen jetzt bekommen haben in der Pandemie, ob die jetzt sofort wieder zurückgeschraubt werden sollen, weil sie verhindern würden, dass die Menschen sich einen Job suchen und dass die Unternehmer und Unternehmerinnen keine Angestellten mehr finden, weil eben das Geld vom Staat dazu dienen würde, dass man zu Hause bleibt. Es gibt republikanische Senatoren, die eben diese aufgestockten Arbeitslosenhilfen jetzt wieder kappen wollen, damit wieder Leute mehr Jobs bekommen. Das ist eine Debatte, die hier forciert wird und die wird vor allen Dingen von konservativer Seite forciert. Das Gegenargument natürlich von den Demokraten ist, dass die Arbeitsplätze teilweise noch nicht sicher sind. Das liegt an der Pandemie und dass natürlich im Laufe der vergangenen Jahre, des vergangenen Jahres, des Pandemiejahres, so viel wirtschaftliche Schwächung da war, dass Menschen einfach teilweise sich hier keine Lebensmittel leisten können und eine kurzfristig aufgestockte Arbeitslosenhilfe nicht dafür Sorge trägt, dass Menschen nicht arbeiten gehen. Aber das ist die Erzählung, die die Republikaner jetzt aufmachen. Und das ist natürlich die Angst vor zu viel Staat. Herr Brinkbäumer, um das noch ein bisschen zuzuspitzen, das Ganze, viel, viel Geld ausgeben und sozusagen, so nennt man das dann ja immer, mit der Notenpresse die Wirtschaft anzukurbeln, das ist ja eigentlich gar nicht nur eine Sache der Demokraten, sondern das haben ja auch schon Republikaner gemacht. Also die Tatsache, dass überhaupt viel Geld sozusagen ins System gepumpt wird, ist jetzt nicht nur urdemokratisch. Trotzdem ist die Frage, wie sehr wird diese Verschuldung des Staates, wie sehr wird das den Demokraten jetzt in die Schuhe geschoben? Unter dem Motto, das werden wir nie zurückbezahlen können. Solche Diskussionen gibt es ja in Deutschland ähnlich. Ja, um Amerika zu verstehen, gehört, oder wenn man Amerika verstehen will, gehört dazu, dass diese Dinge, oder für mich jedenfalls, immer so in den Vergleich zu Deutschland gerückt werden. Dann wird, das erklärt vieles. Was die Demokraten in den USA gerade machen, ist nicht mehr als ganz normale Sozialpolitik moderater Sozialdemokraten. Das ist nicht mal besonders links. Also, dass es Bildungspolitik braucht, dass Brücken und Straßen renoviert werden, dass jetzt Geld in Klimapolitik umgelenkt wird, dass die Ärmsten wirklich mit relativ wenig Geld ein bisschen gestützt werden müssen, damit die Gesellschaft nicht auseinanderfällt, ist nicht sozialistisch. Das sagen die Republikaner, aber das ist es nicht. Das ist nach meinem Verständnis die Mindestanforderung an einen Staat, welcher der Staat in den USA jetzt punktuell ausnahmsweise mal wieder nachkommt. Das heißt aber nicht, dass die Republikaner nicht trotzdem die von Ihnen gerade genannte Erzählung aufmachen. Dass die nicht trotzdem sagen, alles Sozialismus, unsere Steuergelder werden verschwendet, die Verschuldung ist enorm. Das hat mit der Wirklichkeit nicht immer viel zu tun. Ich meine jetzt diese Schimpftiraden. Die Republikaner haben die Wirtschaftskrise von 2008 mitverschuldet. Sie haben durch Deregulierung zu diesem Immobilienboom sehr beigetragen, der damals wirklich die Welt an den wirtschaftlichen Abgrund geführt hat. Sie haben auch durch enorme Militärausgaben die amerikanische Wirtschaft aus dem Gleichgewicht gebracht. Und über Verschuldung reden die Republikaner stets dann, wenn die Demokraten an der Regierung sind. Wenn sie selber regieren, also die Republikaner, dann spielt Verschuldung eine wesentlich geringere Rolle. Ganz wesentlicher Punkt, durch diese permanenten Steuersenkungen haben die Republikaner dafür gesorgt, dass wenig Geld für den Staat zur Verfügung steht. Das versuchen die Demokraten gerade wieder zu ändern, damit der Staat seine Aufgaben übernehmen kann. Trotzdem die Tiraden dagegen wird es geben. Ich gehe jetzt noch ein Stück zurück und nutze dafür eine Salonveranstaltung, die wir vor zwei oder vor drei Wochen hatten. Da ging es um die Modern Monetary Theory. Dazu ist in Deutschland ein Buch erschienen von Maurice Höfgen, heißt der Autor. Es heißt Mythos Geldknappheit. Da müssen wir jetzt gar nicht im Einzelnen drauf hinaus drauf eingehen. Also in Kürze gesagt heißt es einfach nur, der Staat hat für die wirklich relevanten Belange, um die es geht, also wie zuletzt Pandemiebekämpfung, aber auch bei Infrastruktur, Arbeits-, Armutsbekämpfung oder Klimaschutz. Der Staat hat eigentlich kein Finanzierungsproblem. Er muss das Geld einfach nur bereitstellen und dann dafür sorgen, dass die Wirtschaft nicht überhitzt. Das ist eine Theorie, auf die dann Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez mit zurückgegriffen haben. Und es wirkt im Augenblick so, als würde Joe Biden dem folgen. Ich weiß nicht, ob Sie beide die Theorie kennen und ob meine Überlegung, dass Joe Biden möglicherweise jetzt wirklich, wirklich, würde Klaus Brink, würde man ja sagen, wirklich linke Geldpolitik macht, ob das stimmt oder ob ich das fehl einschätze. Ich kenne jetzt die... Nee, Klaus, gerne. Gerne du zuerst. Biden würde nicht von linker Geldpolitik sprechen. Er würde... Oder er spricht von einem Wettstreit der Systeme. Das ist seine Motivlage. Er hält das, was er mit Geld, was er mit der Wirtschaft macht, für normales, für den normalen Auftrag des Staates und findet sich selber, so argumentiert er, gar nicht so progressiv, sozialistisch schon gar nicht. Nee, er vergleicht China und die USA und sagt, dass China eine enorme Kraft habe, Durchschlagskraft eben entwickelt habe, entschlussstark sei und die Demokratie als solche und die amerikanische im Speziellen müssten mithalten, also entschlussstark sein und entschlussstärke bedeutet, sich trauen, Geld auszugeben. Also so geht er ran. Und ich würde auch nicht sagen, dass das irgendwie besonders links sei oder besonders progressiv, sondern die Amerikaner haben wirklich viel aufzuholen. Frau Havertz. Ja, absolut. Ich glaube, dass das für manche Amerikanerinnen und Amerikaner alles revolutionär und links klingt und Sozialismus ist ja gerade auch unter Trump-Ideologen ein großes Schlagwort und ein großer Albtraum und in diese Ecke versuchen sie, Joe Biden zu rücken, beziehungsweise aus ihrer Sicht ist er dort schon. Das stimmt aber natürlich nicht. Ich muss es gar nicht wiederholen, was Klaus alles gesagt hat. Es ist einfach, glaube ich, wirklich die Intention, dass es den Amerikanerinnen und Amerikanern wieder besser geht. Und darauf gründet Joe Biden derzeit seine Politik. Und das bedeutet eben auch mehr Staat. Aber mehr Staat muss nicht unbedingt zwingend was Negatives sein. Das ist eben nur die rhetorische Antwort, die die Republikaner auf eine Politik von Biden finden, die sie aus, sage ich mal, sachlichen Gründen gar nicht so sehr kritisieren können, weil sie eben nicht so hart links ist, wie gerne behauptet wird. Also da haben die Republikaner inhaltlich als Partei nicht so wahnsinnig große Angriffsfläche. Jetzt haben wir den Podcast thematisch ein bisschen damit begonnen, dass ich Sie beide nachgefragt habe, woher Ihre Faszination oder vielleicht auch Ihre Liebe oder Hassliebe, haben Sie gesagt, Frau Havertz, woher die eigentlich stammt. Für mich gibt es noch ein Motiv, dem wir gar nicht bislang auf die Spur gegangen sind, das müssen wir auch nicht allzu ausführlich machen, aber doch zumindest mal in Teilen. Und zwar ist für mich es immer fast nicht nachvollziehbar gewesen, wie sehr sich die, nennen wir es jetzt ruhig mal, die Amerikaner und die Amerikanerinnen als eine auserwählte Nation sehen. Also diese Vorstellung, dass es nur natürlich sei, dass die Vereinigten Staaten sozusagen vorangehen, sie tun das jetzt wieder, sie sind wieder da, nachdem es ja bei Trump irgendwie anders ausgesehen hat. Aber die Vorstellung, dass es ausgerechnet die Vereinigten Staaten sind, die dazu berufen sind, Leader of the free world zu sein, das scheint irgendwie aus der, eine religiöse Vorstellung zu sein. Sehe ich das richtig? Und wie viel spielt Religiosität eine Rolle? Und inwiefern können Sie das nachvollziehen? Also Religion hat da, glaube ich, gar nicht so viel mit zu tun. Da haben andere Dinge mit zu tun. Ich muss ganz kurz nur einhaken, weil diese Hassliebe vom Anfang, das klingt so wahnsinnig hart. Ich würde es so viel lieber im Englischen sagen, weil da wird zuerst das Wort Love, da heißt es immer Love-Hate-Relationship. Und da wird nämlich die Liebe überbetont und nicht der Hass. Und im Grunde genommen möchte ich das doch noch mal, das klang jetzt gerade noch mal so, als wenn ich so sehr ablehnend den USA gegenüber wäre, was ich natürlich nicht bin. Ich liebe sie sehr. Das wäre das nur noch mal dazu. Tatsächlich bedenklich finde ich das, was Sie gefragt haben. Vielleicht ein bisschen diese Selbstverständlichkeit, mit der sich die USA immer zu dem Weltenretter aufschwingen. Das hat natürlich vor allen Dingen Gründe in der Geschichte, in der Geschichte des Zweiten Weltkrieges, aus dem die USA sehr gestärkt hervorgegangen sind, als Siegermacht, als die Macht, die auch Europa wieder auf die Beine geholfen hat, wirtschaftlich, politisch, demokratisch. Den USA ging es nach dem Zweiten Weltkrieg anders als Europa eben sehr gut. Sie hatten auch ein intaktes Militär, ein mehr oder weniger intaktes Militär. Und darauf gründet sich dieser Anspruch in weiten Teilen. Und man muss natürlich nach vier Jahren Trump sich die Frage stellen, inwieweit diese Aussage der USA als größte Demokratie der Welt und als schönste Demokratie der Welt noch Glaubwürdigkeit besitzt. Und diese Glaubwürdigkeit ist natürlich angekratzt. Herr Brinkmann, würden Sie auch sagen, hat mit Religion gar nichts zu tun? Hat andere Ursachen? Oder würden Sie sozusagen mal einer Spur folgen wollen? Na ja, historisch hat es mit Religion zu tun, weil die Einwanderer, aber das ist jetzt viele Jahrhunderte her, die Reise in die USA, die Überquerung des Atlantiks oft mit religiösen Motiven verbunden haben, die USA als gelobtes Land, das dann aber auch ganz, ganz außergewöhnlich stark war, groß war, gewaltig war und dann in vielen Dingen im Laufe der Jahrhunderte natürlich auch erfolgreich war. Das hat schon eine religiöse Komponente. Aber heute bin ich bei Ricke und sagen, nee, da geht es um andere Dinge. Und im Moment würde ich übrigens auch sagen, die USA merken, dass sie nicht mehr die auserwählte Nation sind. Sie sind ja tatsächlich nicht in der Lage, sich zu einen auf ein und zu einigen, zu verständigen auf ein Ziel. Zum Beispiel Covid-19 zu bekämpfen durch wirklich flächendeckendes Impfen, sodass Herdenimmunität erreicht wird. Das schaffen die USA nicht, weil sie nicht mehr zusammenhalten können und das schwächt sie als Nation und das merken sie selbst. Ja, vielen Dank. Wir nähern uns hier dem Ende unseres Podcasts und weil ich weiß, dass Sie beide eine sehr schöne Ausstiegsmöglichkeit haben und weil ich weiß und weil alle sagen, ihr Podcast OK America ist besonders dafür zu loben, dass er sehr, sehr spontan ist, habe ich auch keine Skrupel, das jetzt bei Ihnen zu testen. Oh je. Und da wir uns im literarischen Salon befinden, zumindest im Podcast des Salons, frage ich Sie mal, ob Sie sich das spontan zutrauen, ein spontanes Get-out zu machen, indem Sie eines oder das aktuelle Buch nennen können, das Sie gerade lesen. Wer will oder wer muss jetzt zuerst? Ich kann zuerst, ich habe es ausgelesen schon, aber ich muss es einfach nennen. Es ist Brit Bennett, The Vanishing Half. Es ist das zweite Buch von einer US-Autorin, die ich unbedingt empfehlen möchte und es ist ein ganz tolles Buch. Es ist eine Erzählung über die amerikanische Gesellschaft, über Rassismus, über ganz viele Fragen, die wir hier diskutiert haben. Es ist wunderbar geschrieben, es ist ein großes Lesevergnügen und man blickt wirklich ein bisschen in die Seele Amerikas, möchte ich sagen, und es ist sehr schön. Ja, vielen Dank. Herr Brinkbäume, haben Sie auch ein spontanes Get-out für uns? Sie möchten ja bestimmt Ehrlichkeit, dann führt es mich aber nach Italien. Ich lese gerade Elena Ferrante, The Lying Life of Adults. Ich lese es auf Englisch. Elena Ferrante ist natürlich Neapolitanerin und berühmt geworden durch My Brilliant Friend. Wie heißt es auf Deutsch? Meine geniale Freundin, glaube ich. Ich bin nicht ganz sicher, was den deutschen Titel angeht. Und das ist ein Roman über The Lying Life of Adults, also wie Erwachsene sich durchs Leben lügen und wie Eltern sich durchs Leben lügen und auch wieder empfehlenswert. Ja, Ehrlichkeit ist immer ganz, ganz ausgezeichnet. Ich bin auch ehrlich, weil ich habe es mir leicht gemacht. Ich bin natürlich überhaupt kein bisschen spontan und obendrein ist das Ganze auch noch eine verkappte Schleichwerbung. Also mein Get-out ist auch ein Buch. Es ist eine Textsammlung. Es heißt Erinnern, Stören. Ist herausgegeben worden von Lydia Lierke und von Massimo Perinelli. Erschienen im letzten Jahr im kleinen, aber sehr umtriebigen Hamburger Verbrecher Verlag. Und der Anlass für dieses Buch ist die deutsche Wiedervereinigung gewesen. Der Mauerfall aus migrantischer und jüdischer Perspektive heißt das Buch untertitelt. Und das war ein guter Anlass für uns, die Herausgeberin und den Herausgeber von Erinnern, Stören in den Literarischen Salon einzuladen. Das also wäre mein Get-out. Genauer gesagt, das ist eigentlich unsere Veranstaltung zu diesem Buch. Die kommt dann am kommenden Montag um 20 Uhr auf YouTube, wenn wir uns wieder melden. Dann und jetzt toi 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 doch wieder mit unseren Gästen vor Ort und aus dem Conti-Foyer der Leibniz-Universität. Bei meinen heutigen Gästen bedanke ich mich jetzt sehr, sehr herzlich. Vielen Dank, Rieke Havertz und Klaus Brinkbäumer für diese, ja, ich würde sagen, gute 70 Minuten. Und dann hoffentlich bis zu einem nächsten Mal. Dann vielleicht wieder live und im richtigen Leben. Tschüss. Herr Mayakovatsch, es wäre eine Freude, das mit dem richtigen Leben. Und es war heute eine Freude. Alles Gute Ihnen. Vielen Dank für die Einladung. Bis bald. Vielen Dank.